Die Innsbrucker Kommunalbetriebe und die Brenner Basistunnelgesellschaft nehmen ein neues Umspannwerk im Ahrental bei Innsbruck in Betrieb. Der Strom aus diesem Werk wird dazu verwendet, um die künftigen Tunnelbohrmaschinen für den Brenner Basistunnel auf österreichischem Projektgebiet anzutreiben. Sämtliche Nebenanlagen im Tunnel werden mit der Energie aus dem Werk versorgt. Das neue Umspannwerk auf dem Areal der Deponie Ahrental ist das zehnte und größte Umspannwerk der IKB. Zwei Großtransformatoren sind hier eingebaut. Sie sind auch die größten Trafos im Stromnetz der IKB. Man sei stolz auf das Gemeinschaftsprojekt und bedanke sich bei der BWT für die Möglichkeit, das Werk zu realisieren, so Helmut Müller, Vorstandsvorsitzender der IKB.